Ja, eine kurze Bemerkung dazu, wie es jetzt weitergeht. Wir werden jetzt gregorianische Choral singen, wie es sich in der katholischen Kirche gehört. Und zwar auf eine Art, das ist ein gregorianischer Choral, der um 1200 in Paris entstanden ist, wenn die Sankte Spiritus die Bitte um den Heiligen Geist. Ja, und genau in der Zeit und an dem Ort, als dieser Choral entstand, auch die früheste mehrstimmige Musikrundgruppe, die heute bekannt ist. Das heißt, genau das, sehr wenig, das wir jetzt mitmachen, haben wir wahrscheinlich damals auch damit gemacht. Man hat es einstimmig gesucht. Später entkühlt parallel. Und noch später, denn um 1200, haben wir zusätzliche Stimme dazu improvisiert, die später auch aufgeschrieben. Das machen wir jetzt einstimmig und entkühlt parallel und mit improvisierter Hochgeschäft. Danach kommt wieder eine Überleitung heute Morgen und das Choralverspiel Ich rufe zu dir, Herr Jesus Christ, ebenfalls von Johann Sebastian Bach, in ähnlicher Art, wie es gerade gehört hat. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Ich rufe. Bitte. Ich rufe.